Musik Emotion Pur, die größte Seat, Opel und Honda. Die Sonderautoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer. Direkt an der A3 in Loma. Amsterdam, die Wohlfühlmetropole Europas. Eine Stadt mit besonderem Flair. Die perfekte Bühne für eine Weltpremiere, die Vorstellung der neuen A-Klasse von Mercedes-Benz. Und hier ist es unser all-new A-Klasse. Der neue Stern aus Stuttgart glänzt von außen und von innen. Dafür sorgt auch das völlig neue Cockpit und die Mercedes-Benz User Experience MBUX, die auf einem intuitiven Bedienkonzept basiert. Nur zwei Worte reichen aus, um die Sprachbedienungen zu starten. Musik Man sagt, hey Mercedes. Und das Auto sagt, was kann ich für Sie tun? Und da ist jeder Befehl wie ein Wunsch, was von den Lippen abgelassen wird. Die neue A-Klasse braucht keine speziellen Befehle, sondern hört einfach zu. Das Programm beherrscht etliche Sprachen und ist lernfähig. MBUX passt sich dem Sprachgebrauch und den Gewohnheiten des Fahrers an. Künstliche Intelligenz macht das Auto so zu einem persönlichen Assistenten. Es muss intuitiv sein. Man muss es sofort verstehen. Es muss natürlich gut aussehen und muss alle Use Cases, die man sich vorstellen kann, für Connected Car im Auto abdecken. Ob es jetzt jemand anrufen oder Navigation oder EME Entertainment. Da ist wirklich alles dabei. Das Widescreen-Display reicht von der Fahrerseite bis in die Mittelkonsole. Mercedes vereinfacht die Bedienung des gesamten Fahrzeugs über Sprachbefehle, Touchscreen, Touchpad oder Control-Buttons am Lenkrad. Die neue Generation wird die Bedeutung des Kompakt-Segments für Mercedes noch weiter nach vorne bringen. Und ich bin überzeugt, dass wir nochmal einen Boost in unserer Markenbedeutung bekommen. Wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, die neue A-Klasse setzt Maßstäbe.